Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich habe im letzten Stream eine ganz interessante Frage bekommen und zwar, welche Unix und welche Aspekte, aber heute geht es um Unix, könnten einen Buff gebrauchen in Season 3? Und das finde ich ganz interessant, weil wenn wir uns mal die ganze Liste von den Unix angucken, der hat sich ja in letzter Zeit schon sehr viel getan, sowohl zu Season 1 als auch zu Season 2. Nehmen wir nur mal den Höllhammer, der hat beim ersten Buff Kritschaden dazu bekommen, das wurde dann wieder entfernt und jetzt ist kein Kritschaden mehr drauf und ich denke für Season 3 bzw. für den nächsten Patch, dann mit Season 3, wird es einige Unix geben, die ganz ganz dringend einen Buff brauchen und auf ein paar möchte ich heute eingehen und was mich ganz doll interessiert, wie immer, ist natürlich eure Meinung. Gibt es für euch dieses eine Unix, wo ihr euch wünschen würdet, dass das endlich einen Buff bekommt, damit man das endlich spielen kann, aber fangen wir mal an mit meiner Liste. Als allererstes möchte ich von den 5 Ringen einen rauspicken, den ich von allen am schlechtesten finde und das ist der windendes Band der Irreführung. Das ist der Ring für den Rogue, für den Jäger, der kam neu dazu und kann aktuell gefunden werden bei Warschan. Und der Aspekt ist Müll, die Abfixe sind ganz okay mit Crit Chance und Crit Schaden, aber der Aspekt ist halt so schlecht leider, dass der Ring fast gar nicht gespielt wird oder gar nicht gespielt werden kann. Ich habe den Ring selber schon ausprobiert und das ganz große Problem bei dem Ring ist, dass das Ganze nur alle 12 Sekunden auftreten kann. Und würde der jedes Mal auftreten oder sagen wir mal jede Sekunde oder es hätte einen anderen Wert, damit es gezündet wird, wäre der vielleicht sogar wirklich gut. Aber diese 12 Sekunden machen es halt wirklich sehr sehr schlecht. Als nächstes direkt der nächste Ring, hier der Mendels Ring und das ist ein ganz großes Problem, was allgemein um den Nekro herum besteht und das ist, dass es im Endgame keinen wirklichen Minion Bild gibt. Es gab in Season 1 einen mit dem Barbarenherzen, da ging das richtig richtig gut ab, da habe ich auch mal ein Bild zu gemacht, könnt ihr euch ja vielleicht mal anschauen, ist aber jetzt leider komplett useless. Weil das boshafte Herz, das Barbarenherz nicht mehr da ist und Mendels Ring ist ja der Ring, den man braucht, um Diener zu spielen und der Ring ist einfach noch zu schlecht, als dass man Diener spielen könnte. Wie genau man den adjusten könnte, kann ich nicht sagen. Ich finde zum Beispiel den Afix von Dornen relativ nutzlos. Auch der Schaden, der dann explodiert wird, ist gerade bei höheren Nightmare Dungeons oder bei höheren Gegnern relativ useless. Und mit den Verwundbarkeits- und Crits-Adjustments kommt da auch nicht mehr viel physischer Schaden bei rum, deswegen müsste der auf jeden Fall einmal überarbeitet werden. Ein Unique, das auf alle Klassen spielbar ist und das es schon seit Anfang an gibt, ist Verwegenheit. Habe ich am Anfang echt gerne gespielt, hat mit einem Buff, ich glaube zu Season 1 war das, eine Änderung bekommen und jetzt haben wir den Afix maximales Leben drauf. Aber leider wird Verwegenheit gerade auch jetzt in der T-Bowles-Ville-Season leider gar nicht gespielt. T-Bowles-Ville als Vergleich ist halt so viel besser, weil ihr da 40% Schaden bekommt, wenn ihr unaufhaltsam seid. Und das macht gerade in Season 2 so viel aus, ihr müsst euch mal die verschiedenen Builds angucken. Fast auf jedem Build spielt man T-Bowles-Ville. Ich könnte auch noch Tassetten des Morgenhimmels mitnehmen, was auch gar nicht gespielt wird. Verwegenheit und Tassetten werden leider gar nicht gespielt. Aktuell ist es wirklich die Season von T-Bowles-Ville. Ich denke auch, das wird sich in Season 3 nicht ändern, wenn nicht die beiden Hosen etwas Liebe bekommen. Und die Effekte sind ja gar nicht so schlecht. Hier einmal mit den Widerständen, hier einmal, dass ihr eine Bewehre bekommt. Zusammen auch mit Seelenbrand der Rüstung kann man da richtig viel Death bekommen. Aber T-Bowles-Ville ist aktuell halt über allem. Deswegen wünsche ich mir gerade für die beiden Hosen einen kleinen Buff. Und jetzt kommen wir zu Unix, die so schlecht sind, dass ich die nichtmals in der Box lagere, weil ich mir zu 100% sicher bin, dass ich die niemals spielen werde. Deswegen werde ich euch die hier nur einmal einblenden. Da haben wir einmal die Axt vom Schlechter. Und die gibt es seit Anfang des Spiels und die wurde noch nie gespielt. Die hat noch nie irgendjemand in irgendeinem Bild gespielt. Und eigentlich finde ich es ja ganz cool, dass es diese Axt vom Schlechter gibt. Aber da müsste die halt auch irgendwie nutzbar sein. So wie es jetzt ist, ist sie absolut useless. Dasselbe geht leider für Umarmung der Mutter, den Ring. Es gibt hier und da Use Cases, wo man den spielen kann. Gerade auf Weltstufe 3 oder als Mitbild, wenn man Probleme hat mit seinen Ressourcen. Aber insgesamt gibt es so viele Aspekte und so viele Alternativen, die einfach besser sind als Umarmung der Mutter. Umarmung der Mutter, wenn es wirklich Endgame-mäßig mal eine Umarmung der Mutter in irgendeinem Bild schaffen sollte, dann müsste da auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren. Eine Hose, die mir persönlich aktuell sehr zu schaffen macht, ist der Sturmgefährte. Ich wünsche, die wäre etwas stärker und würde ihm ein bisschen mehr Buff geben, weil ich versuche gerade irgendwie ein Gefährtenbild zu bauen. Bin da aktuell ein bisschen noch rumtüfteln. Und da ist die Hose natürlich key. Ich wünsche, da wäre ein bisschen mehr Power hinter vielleicht anstatt dem Movement Speed für die Gefährten. Vielleicht mehr Schaden für die Gefährten oder Leben für die Gefährten. Irgendwas anderes. Die Afix oder Aspekte brauchen auf jeden Fall einen Buff, damit die Gefährten vielleicht mal auf dem Druiden spielbar sind. Wie gesagt, ich bin da gerade ein bisschen auch rumtüfteln. Vielleicht kommt da demnächst mal was. Und als allerletztes nochmal ein Ring. Auch wieder ein Ring, den es seit Anfang an gibt. Und das ist Jägers Zenith. Ein Ring, den ich noch nie gespielt habe, den ich noch nie in irgendeinem Bild gesehen habe. Richtig, richtig schlechtes Unix. Und ich hoffe, dass der vielleicht irgendwann mal spielbar ist und da ein Buff reinkommt. Ich kann eigentlich sagen, wie useless der ist. Ich habe noch nie gesehen, dass er in irgendeiner spielt. Der bringt gar nichts. Der nimmt einfach nur einen Slot für die Ringe weg. Ja, ihr merkt, es sind viele Ringe dabei. Es waren auch viele Items dabei, die für alle Klassen gelten. Ich glaube auch, wenn jetzt mit der nächsten Season wieder sechs neue Unix reinkommen, könnten auch wieder andere Unix useless werden. Deswegen bin ich da echt gespannt, was da für Buffs kommen. Schreibt gerne eure Meinung mal unten in die Kommentare, welche Unix ihr seht, die auf jeden Fall einen Buff brauchen. Da gibt es ja bestimmt auch noch andere, die ich jetzt nicht erwähnt hatte. Würde mich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen. Sehr über ein Like auf dem Video. Und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.